Mein Name ist Henning Hartmann, ich bin Rechtsanwalt in Oranienburg und beschäftige mich schwerpunktmäßig mit dem Gebiet Verkehrsrecht. Immer wieder kommt die Frage auf, kann ich nach einem Verkehrsunfall auf Grundlage eines Gutachtens abrechnen, sogenannte fiktive Abrechnung? Klare Antwort, ja. Die Gerichte haben immer wieder entschieden, dass der Schädiger den Wert des Fahrzeuges des Geschädigten nun einmal gemindert hat. Dafür muss er aufkommen und dem Geschädigten kann nicht vorgeschrieben werden, ob und wie er sein Fahrzeug reparieren lässt. Es liegt in der sogenannten Dispositionsbefugnis des Geschädigten auf Grundlage des Gutachtens abzurechnen und dann mit dem Geldbetrag zu machen, was er möchte.